Was ist die Antwort der Bundesregierung auf ihr eigenes Scheitern? Und jetzt wird es dann wirklich abenteuerlich. Die Antwort auf dieses Scheiterns und auf den Betrug, den die Bundesregierung in Wahrheit an der gesamten österreichischen Bevölkerung begangen hat, und da spreche ich von den Geimpften genauso wie von den Ungeimpften. Sie alle sind betrogen worden. Die Antwort ist eine doppelte. Erstens, eine weitere Spaltung der Gesellschaft. Gesellschaft, das ist die erste Antwort, die die Bundesregierung gibt, weil es muss jetzt ein Sündenbock her. Und da ist man bereit, den Keil noch tiefer, als es schon bisher geschehen ist, in die Bevölkerung hineinzutreiben und gesellschaftliche Verwerfungen in Kauf zu nehmen. Und das sind jetzt die Ungeimpften. Für die hat man einen neuen Kampfbegriff erfunden. Die Ungeimpften sind jetzt nicht mehr die Impfskeptiker, sondern sie sind jetzt die Impfverweigerer. Und man muss immer sehr genau hinschauen, wenn es um sprachliche und begriffliche Änderungen in der Diktion der Bundesregierung geht. Da sind wir dann schon sehr, sehr nahe am Begriff der Staatsverweigerer. Und dann sind wir dann schon wieder sehr, sehr nahe am Sektenbericht der Bundesregierung und bei der Kriminalisierungsstrategie, die sich auch wie ein schwarzgrüner oder türküsgrüner Faden durch diese Strategie durchzieht. Also das ist das eine. Die Spaltung der Gesellschaft wird weiter vorangetrieben. Und das Zweite ist, man treibt denselben evidenzbefreiten medizinischen Wahnsinn weiter voran, der in das ganze Desaster hineingeführt hat. Die Regierung ist gesundheitspolitisch weiter absolut im Blindflug unterwegs und meilenweit ist nicht einmal ansatzweise irgendetwas von einem Plan B, über den ich heute noch sprechen werde, zu erkennen. Ja. Ja. Vielen Dank.